Hi, ich bin Desiree von myBotShop und heute zeige ich euch den P1 von Limix, ein kleiner bipedaler Roboter, der schon bald bei uns erhältlich sein wird und heute haben wir schon mal vorab die Demo-Version für euch getestet. Wie ihr sehen könnt, ist das Laufen hier und da noch etwas ruckelig. Das liegt daran, dass das Gate Planning noch model-based ist. Es wird aber bereits an einem Reinforcement Learning gearbeitet. Unser P1 ist perfekt geeignet für alle Universitäten und Forschungseinrichtungen, die sich mit dem Laufen beschäftigen, also sogenanntes Gate Planning. Der Roboter basiert wie so viele von unseren Robotern auf ROS und hier oben ist ein PC verbaut, hier unten befindet sich eine Intel RealSense Kamera und hier hinten ist noch der Akku. Wie das alles zusammenspielt, das erklären wir euch im nächsten Video. %. Folge 3. Bis zum nächsten Mal.